Also ich wurde damals 40. Man guckt zurück, was war bis jetzt. Man guckt nach vorne, was kommt noch und ich war auf der Suche nach was Neuem. Ich habe Jim Marco ganz klassisch als Gast auf einer Heimpräsentation kennengelernt und die Produkte waren toll. Das Umfeld fand die Produkte toll und ich sagte, ja das hat was. Putzen müssen wir immer, gereinigt werden muss immer. Als ich anfing, wurde der holländische Markt gerade eröffnet. Das war auch mit ein Grund, warum ich mit Jim Marco angefangen habe, weil ich da meine Herausforderung gesehen habe. Ja, mein Name ist Claudia Eisert und ich bin seit 15 Jahren Selbststandardistribuzipartner. Ich habe dann meine Sponsorin von damals immer mitgenommen und ja, da wurden dann auch die ersten Vertriebspartner geworden. Tolle Zeit. Perspektivisch habe ich bei Jim Marco schon was gesehen, aber man gibt natürlich keinen 25 Jahre alten Job auf. Parallel habe ich das acht Jahre gemacht und ich merkte, mein Spaß an Jim Marco nahm zu. Es wurde ja auch immer mehr Arbeit letztendlich und ich merkte schon, wo mein Herz hingegen. Dieses Einstellen auf Kunden, dieses das auch zu wollen, sich weiterentwickeln zu wollen, das halte ich für eine ganz wichtige Einschaft. Wenn man die mitbringt, dann kann man alles lernen. Wenn Jim Marco ein Mensch wäre, dann stelle ich ihn mir freundlich lächeln vor, modern, offen, ist innovativ. Einfach jemanden, den man toll findet. Ja, ich will nie wieder was anderes machen.